Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Smash Bros. Wir spielen als Cloud. Und ich würde sagen, wir kämpfen hier mal in der Horte. Nicht sieht ganz angenehm aus. Außerdem ist Pac-Man drin, ihr wisst schon, ich muss gar nichts mehr dazu sagen. Und wir starten mal das Spiel. Uh, fünf Werkzeuge, das ist nicht schlecht. Und es hat ein kleines Geräusch gemacht, als wäre das ein Jackpot. Müsste ich mal gucken. Ähm, Cloud spielt sich eigentlich ziemlich cool. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich ihn richtig spiele. Das weiß ich nicht so ganz. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich sein, wie nennt sich das denn, sein Limit hier da benutzen sollte und wann nicht. Das habe ich noch nicht ganz so raus. Aber an sich gefällt mir sehr, dass er relativ Ike mäßig ist. So von der Schwere der Angriffe her. Auch wenn es ein bisschen träge ist, aber er hat auch einen ziemlich coolen Seitwärts-B-Angriff, den man nicht vernachlässigen sollte. Und er hat ziemlich viele coole Angriffe, die eine riesige Range haben. Und wenn sein Limit voll ist, zoomt die Kamera auch cool. Also dynamisch sieht es auch noch aus. Perfekt. Na, gleich ein bisschen Ruhe, Sonic. Äh, ja. Wir lassen uns mal ganz kurz vermöbeln. Jetzt hat er uns wieder in Ruhe gelassen. Ähm. Ah, cool, Sonic. Wenn du meine Angriffe springst, ist das okay. Bienen. Nicht gut. Ich mag das nicht. Ich habe zwar durch sehr weiße Menschen erfahren, wenn man Energie braucht, muss man nur ein paar Bienen essen. Aber ich glaube, das war nicht ganz so ernst gemein. Okay. Ich habe Angst, dass Sonic mir gleich das Ding um die Ohren haut. Andererseits. Hat sich das ja schon geklärt. Okay. Ja, da habt ihr es gerade gesehen. Der B-Angriff, der letzte, der Sonic, ähm, quasi ins Ausbefördert hat. Oder, ja, das kann man gar nicht anders sagen. Der war diesmal blau. Der normale Standardangriff ist eigentlich grün. Aber dadurch, dass mein Limit quasi voll war, ist der Angriff stärker geworden. Der hat auch nicht nur einmal getroffen, sondern gleich, keine Ahnung, fünf, sechs Mal. War auf jeden Fall häufiger. Ähm. Du bist auch aus einem anderen Spiel, darum nehme ich dich. Ryo selber kann ich auch überhaupt nicht steuern. Das ist echt ein Unding. Ich müsste vielleicht eigentlich mal generell ein paar Charaktere noch üben. Äh. Ach, ist egal. So. Ich stehe da unten. Sehr gut. Oh, und ich habe die geile Welt erwischt. Die übrigens von Cloud selber auch noch ist. Äh, danke. Ich habe natürlich nichts mit diesem Angriff rausbefördern können. Ah. Oder beziehungsweise nichts richtig hart damit treffen können. Sehr gut. Das wiederum zieht. Ah, das wird immer besser. Oh, mein Limit ist voll. Sehr schön. Ha, ha, ha. Und da war der versprochene Zoom. Weil der Angriff genau im richtigen Moment getroffen hat. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich die Welt eigentlich zeigen wollte und überhaupt nichts damit machen kann. Bei der Kampf ist ja wahrscheinlich gleich vorbei. Jetzt nämlich. Uncool. Und da muss ich die Welt vielleicht bei einem anderen Mal noch zeigen. Wir haben sehr, sehr viele Klamotten bekommen. Oh, und ein Angriff ist auch neu. Ich habe nicht mal geguckt, von wem. Wie blöd. Gut. Gut, gehen wir mal einfach in die Horte hier rein. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit ein kleines bisschen besser werde bei 6.1. Also bei Pikachu habe ich es gemerkt. Entweder liegt mir Pikachu einfach vom Kampfstil. Das kann natürlich sein. Aber Mario, Wario, Lucario. Ich muss da gerade an etwas denken. Wer das ebenfalls kennen, kann ja in den Kommentaren schreiben, dass er sich angesprochen gefühlt hat. Lasst mich mal in Ruhe. Ich möchte hier Leute mit dem Angriff rausschmeißen. Dann eben nicht. Ich finde es übrigens toll, dass hier diese übelste Zelda-Retro-Musik kommt. Während wir im Duckhand-Duo stehen. Also in dieser Welt vom Duckhand-Duo. Wir kriegen es nicht hin. Hier raus zu gehen. Sehr schön. Da war übrigens wieder ein Zoom, weil der Limit-Break komplett voll war. Ich weiß gar nicht, wie das Ding so richtig heißt. Aber ich glaube, es hieß nur Limit. Ach, komm schon, Yoshi. Was hätte ich jetzt um einiges cooler werden können? Geh. Bitte weg. Und ich merke gerade, das ist ein NES-Remix im Allgemeinen. Das ist gar nicht unbedingt Zelda gewesen. Yoshi. Jetzt komm her. Gibt's doch nicht. Hm. Uh, hier sind wir bei Metroid inzwischen angekommen. Sehr schön. Sehr gut. Das gibt's doch nicht. Gut, wir haben es doch noch geschafft. Das hätte mich jetzt auch geärgert, wenn das nicht gereicht hätte. Aber gut. Schön. Haha. Ah, es läuft besser. Das ist cool. So, wir haben einen Ankel für Ganon. Moment, ich muss nachgucken, was das für einer ist. Hexerstoß. Ha. Okay. Ich glaube, das war der Falkenpunch, also der B-Angriff quasi von ihm. Zwei Statuen. Da bin ich ja immer sehr erpischt darauf. Uh. Wähle einen Teampartner. Du bist auch aus einem anderen Spiel. Also, ich meine von einem anderen Publisher. Das wollte ich ursprünglich sagen. Darum nehme ich dich jetzt mit ins Team. Und Ryo ist schon wieder bei den Gegnern dabei. Toll. Lass das Hund in Ruhe. Merkt euch das. Das ist ein wichtiger Tipp. Das gilt auch im echten Leben. Die kommen auch in echt von allen Seiten. Okay. Wir kämpfen gegen einen nackten Schulk. Pac-Man. Könntest du das bitte... Lassen. Das gibt es nicht. Sehr gut. Okay, wir machen mal mehr oder weniger Clash-Shift. Die ersten sind schon draußen. Das ist sehr gut. Eh. Neun. Lass mich in Ruhe. Das lief ja überraschend gut. Ach, schade. Das hätte mit einem Limit ziemlich cool ausgesehen. Aber na gut. Solange der hier alleine beschäftigt ist, kann ich ja problemlos eigentlich mein Limit aufladen. Oh. Oder ich kick ihn einfach raus. Na gut. Das ist mir jetzt gleich. War wieder ein kurzer Aufnahmecheck, falls man das klicken gehört hat. Wenn es so gut läuft, muss ich immer gucken. Da geht meistens was anderes schief. Uh. Und nochmal eine Statue. In der Pac-Man 2 Welt. Da muss ich wieder nichts dazu sagen. nehme ich an. Ich glaube, ich habe das im letzten Part komplett vergessen zu erwähnen. So. Pac-Land. Yay. Da kann man Gitarren finden. Äh. Lass mich mal bitte ganz kurz hier raus. Äh. Ah. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Äh. Danke. Ich spring mal kurz hier drüber. Sehr gut. Äh. Äh. Lass mich. Oh. Toll. Ihr seid köpfen meine Haare geklaut. Beziehungsweise geklaut ist das falsche Wort. Oh. Wir waren im Limit voll. Ich wollte es gerade aufladen. Schade eigentlich. Ah. Das war auch blöd. Äh. Gut. Das lief gut. Wir lassen uns mal vom Wasser schubsen. Wann haben wir gerade nicht ein Feuer... Äh. Fußball weggeschossen. Da kam der Nächster. Oder war das der... Jade Gesicht. Ich habe keine Ahnung wo der herkommt. Aber das sieht schon mal ziemlich cool aus. So. Das war es auf jeden Fall mit den Alternativen. Wir kämpfen jetzt gegen Timmys. Timmy. Timmy. Gegen... Timmy. Yep. So. Ich glaube mit denen sollte das auch ein relativ kurzer Prozess sein. Äh. Okay. 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 Ja. Das läuft fantastisch. Hahaha. Oh. Die habe ich überhaupt nicht weglassen wollen hier. Hahaha. Ich liebe die Attacken von Cloud. Der spielt sich so geil. Das ist krass. Also er hat sich jetzt ganz schnell nach oben gekämpft von Beliebtheitsrang bei mir. Das ist verrückt. Dass er ja erst letztens dazugekommen ist. Also wenn das Video da ist, ist wahrscheinlich Bayonetta und Corrin auch schon drin. Da muss ich mal gucken. Aber... Boah. Das ist übelst cool. Wie er kämpft. Gefällt mir sehr. Ich bin gespannt wie Bayonetta kämpft. Weil da mag ich ja schon das Spiel selber sehr. Hm. Na mal schauen. FF. Das steht natürlich für fiese Fäuste. Mal sehen wie fies die letzten Endes sind. Wow Cloud. Was hast denn du für einen Output? Haha. Okay. Das ist krank. Aber wenn man sich mit Cloud zusammen nimmt, macht man so einen riesigen Schaden. Das ist verrückt. Warum war es gerade so unglaublich langsam? Okay. Da muss ich mich verprügeln lassen. Äh. Okay. Supi. Perfekt. Oh. Das ist übelst geil. Da muss ich jetzt eigentlich nur Angst davor haben, dass er hier ein bisschen kacke wird. Obwohl ich ansonsten noch nicht das Gefühl habe, dass es so sein wird. Mhm. Ach komm schon. Das wäre cooler gewesen, wenn ich damit getroffen hätte. Der kann sein Limit gerne stecken lassen, wo es ist. Ja, okay. Haha. Okay, Leute. Das ist ganz schön krank. Also so ein Output hatte ich glaube ich noch nie beim Ende, dass ich beide Leben hatte und noch nicht mal 50%. Ach schade, ich dachte, das haut sich schon raus. Jetzt haut es raus. Cool. Ja, das gefällt mir sehr. Verrückt. Ich glaube, das ist der kürzeste Part, den ich bis jetzt hatte, oder? Kann das sein? Endergebnis. Krank. Ja, schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann sehen wir jetzt mal noch die normalen Klamotten von Cloud, weil ich habe das Advent Children Kostüm genommen, weil ich das ziemlich geil finde. Aber das normale ist natürlich auch okay. Das wäre dann quasi dieses. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde diesmal wieder ein Pokémon spielen. Klurak oder Pumlof, ich bin mir gar nicht sicher. Und bis dahin. Euer Elik. Bye. Okay, das ist ziemlich geil. Ich muss das jetzt noch zeigen. Aber das Glückwunsch ist tatsächlich in dem Schriftzugstil von Final Fantasy geschrieben. Wie krass ist das denn? Okay, damit aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Bye.